Mama! Danke, kalten Hund, esse ich am liebsten. Wenn wir Sie wiedersehen wollen, bevor 257 Jahre vergangen sind, dann still auf! Ich komm hier schon, Ma! Gibt's das? Er kann eine Tür mit einer Gabel öffnen. Sssst, folgen wir ihm, aber ganz leise. Hä? Was mach ich denn hier draußen? Every time! Hilfe! Ich bin durch die Wand gegangen! Wir müssen den Fluchtgenius, der in ihm schlummert, wieder aufwecken, ohne sein Gehirn aufzuwecken. Natürliche Heilmedizin, Glücksbringer, Traumfinger, Sattelteile von General Custer. Irgendwas gegen Schlaflosigkeit, ich meine was richtig Starkes. Natürlich indianische Kräuter für einen Kräutertee. Der haut selbst jeden Büffel um. Macht 5 Dollar! Halt's ab, Schneider! Ich hätte da auch noch was altbewährtes. Kostet nur einen Dollar. Was ist das, Joe? Ma hat einen ganz speziellen Kräutertee nur für dich geschickt. Was, Ma? Nur für mich? Wenigstens wird er jetzt nicht zu früh aufwachen. Everill, es wird Zeit, Ma einen kleinen Kuss zu geben. Ma? 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 Bist du da? Ich bin nicht Ma, du Idiot! Bist du nicht? Ma wartet mit Keksen zu Hause auf uns. Aber zuerst musst du uns hier rausbringen. Da ist ein Blinder! Rantanplan, du musst den Blinden führen. Jetzt ein kleines Stück nach links. Ich meinte rechts, äh... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Das glaub ich nicht! Everill, komm zurück! Nein, ich muss jetzt zu Ma gehen. Aber ich bin hier drin, mein lieber Everill. Ma? Bist du da? Mach deiner Mami die Tür auf, dann kriegst du auch einen dicken, feuchten Schmatzer. Oh, oh ja! Ha! Ha! Ah! Ma, wo bist du? Hinter der Tür. Wir müssen ihn aufwecken. Ha! Ma, ich komme! Hat nicht geklappt? Der schläft noch. Man schlägt keinen Behinderten. Meine liebe Marder, bist du ja. Wenn ich's euch doch sage, wir sind ehrliche Diebe, so wie ihr. Ihr wollt den Tresor stehlen, den wir gerade gestohlen haben? Ach, gar nicht. Wenn du willst, dann kann Avril euch den Tresor öffnen. Na, das möchte ich gerne sehen. Ich gebe euch zwei Minuten. Hast du gelogen? Dann mache ich aus euch Gringos Guacamole. Ma, Ma, wo bist du denn, Ma? Avril, Ma ist hinter dieser Tür. Mach sie auf, aber beeil dich. Ma, bist du da? Ich kann sie spüren. Caramba, schnappt euch die Gringos. Das ist ja noch besser. Er führt uns direkt zu Marsversteck, ohne dass jemand was davon mitbekommt. Wow, ne Hüllenwanderung ist total mein Ding. Mein Baby! Mami! Ich hab herrlich geschlafen. Ich hab geträumt, wir wären auf der Flucht. Na, das hoffe ich doch nicht. Ich hab eine lange Reise hinter mir, um euch zu besuchen. Er gibt seine Freiheit auf, um seine Mom zu sehen, so ein liebevoller Sohn. Das geht ans Herz. Willst du mich verhalbern? Wir sind wieder zurück in diesem belämmerten Gefängnis. Wir wollen Steine! 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 Es sind keine Steine zum Zerschlagen mehr da. Sollen wir sie etwa zusammenkleben? Immer mit der Ruhe. Das wird schon wert. Habt ihr nicht die Schnauze voll vom Steine zerkloppen, ihr Löffelschnitzer? Ich meine, was ist gut daran? Da können wir wenigstens immer was reden. Es ist gesund und eine Körperertüchtigung. Man kann auch Kunst machen. So lernen wir uns besser kennen. Oh, es macht Spaß. Das ist dämlich und langweilig. Folgt mir, Männer! Wir machen einen Steine-Streik! Wie kann man nur so blöd sein? Hey, Joe, Manno, das sind keine gewöhnlichen Steine. Das blöde Zeug, was da drin ist, kann man nicht zerkloppen. Meine Freunde, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich hab gesagt, ihr seid Dummköpfe. Ich war oft unhöflich zu euch, schlecht gelaunt und manchmal auch ziemlich wütend. Ich bin ausgerastet und war oft fies. Eklavt. Gemein. Widerlich. Na schön, das war nicht nett. Ich möchte mich mit einer Extraportion Essen bei euch entschuldigen. Sieh mal an! Aus Joe wird doch langsam ein guter Kern. Er nimmt seinen Mitgefangenen die schwere Arbeit ab. Was ist denn mit mir, bekomme ich keine Bonbons? Gib her! Und jetzt bestechen wir die Wachen damit. Na schön, aber welche? Wenn du uns hilfst zu fliehen, kriegst du Diamanten, viele Diamanten. Was? Aber das ist doch, äh, das ist doch, äh, es ist Bestechung. Ja, genau, nach diesem Wort hab ich gesucht. Ich hab dich beobachtet, Joe. Aus dir wird doch noch ein guter Kerl. Hm? Sie beobachtet uns. Und jetzt verstecken wir die Diamanten fürs Erste. Oh, ich liebe Versteckspielen. Vor allem, wenn ich weiß, wo das Versteck ist. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, sie zu verbuddeln. Das ist eine steinstarke Idee, Joe. Pass auf! Hä? Also, das ist eine ganz dämliche Idee. Wieso? Wenn wir das Licht nicht anmachen, merkt keiner was. Ich find's toll. Wir dürfen nur nicht lachen. So, sie ist weg. Schnell zu den Wachen. Hey, Daltons, vergesst nicht, dass ihr heute in der Küche eingeteilt seid. Mann, oh, schade, dass wir gerade am Pommes-Tag fliehen wollen. Halt die Klappe, beeil dich, Evereen. Los, schneller! Pass auf, Joe, nicht so schlampig schälen. Das ist Verschwendung. Ha, 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 das ist völlig unwichtig. Hauptsache, wir sind weit draußen mit all den vielen Diamanten. Die Diamanten? Wo sind meine Diamanten? Ihr müsst zurück! Oh! 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 Hier sind sie auch nicht hier auch nicht und sie auch nicht Stellt mir bloß keine fragen Und hast du sie sie müssen im müll sein ich meine die hat doch bestimmt niemand aufgegessen Dass Joe sich bei allem beliebt machen will ist eine sache aber was will er denn jetzt plötzlich von dem hund Ich bin nicht sicher was für ein spiel wir denn jetzt spielen Und hab ich gewonnen oder verloren also das raff ich nicht wenn die diamanten nicht im müll sind und rand anplan sie nicht gefressen hat wo sind sie dann Wo hast du die diamanten her die waren in dem müll den die bleichgesichter auf unser gebiet gekippt haben ein herrliches material für indianische volkskunst Entschuldigt bitte ich will nicht unhöflich sein aber handgreiflichkeiten sind hier nicht gestattet Wie sie sehen miss betty hat joe dawton gerade gezeigt dass er sich ändern kann zum schlimmeren Wie sie sehen wie sie sehen wie sie